ich möchte eine ganz ganz schlichte veranstaltung halten einfach nur online eine präsentation zeigen und mit meinen teilnehmenden chatten wie mache ich das in adobe connect gar kein problem ich gebe den link zu meinem raum in einen browser ein muss mich dann als registrierter benutzer anmelden und klicke auf betreten sie den raum wenn ich das in meinem browser voreingestellt habe öffnet sich der raum direkt in der adobe connect anwendung jetzt sehe ich vor mir eine große weiße fläche auf der steht keine freigaben vorhanden dort kommt meine präsentation hinein ich klicke auf dokument auf das wort nicht auf den kleinen pfeil daneben und wähle aus arbeitsplatz durch suchen dann lande ich auf meinem eigenen rechner kann beispielsweise auswählen adobe connect schulung suche mir hier eine pdf eine powerpoint eine bilddatei jpeg oder png oder eine mp3 oder eine mp4 datei ich wähle hier eine powerpoint datei aus klicke auf öffnen dann dauert es einen moment die datei wird hochgeladen und ein wenig umformatiert so dass man sie direkt aus adobe connect weiter benutzen kann also weiter schalten notizen anzeigen solche sachen das dauert einen moment in der regel werden animationen die in powerpoint gemacht wurden auch korrekt wiedergegeben es lohnt sich allerdings einmal durchzuklicken sofern man animationen in der datei hat ob das auch wirklich so funktioniert hier unten sind pfeile nach links und rechts damit kann ich durch die datei hindurch klicken meine kamera starte ich indem ich hier oben rechts auf meine webcam starten klicke und noch einmal auf freigabe starten damit ich auch wirklich zu sehen bin das andere ist nur eine vorschau zunächst und mein mikrofon starte ich indem ich auf das mikrofon symbol klicke ich gucke nochmal nach ob ich auch das richtige mikrofon ausgewählt habe denn ich habe ja ein headset auf und mein rechner hat aber auch ein eingebautes mikrofon jawohl kopfhörermikrofon ist eingeschaltet dann kann ich loslegen hiermit bin ich fertig für eine sehr einfach gestaltete veranstaltung die teilnehmenden dürfen nur als zuhörer teilnehmen und auch ihre kamera nicht freigeben sie können sich über den chat bemerkbar machen der hier unten rechts im feld zu sehen ist ich kann teilnehmenden das mikrofon verwenden gestatten indem ich hier auf den drop down file klicke und sage teilnehmern das verwenden von mikrofon gestatten ich kann teilnehmern auch das verwenden ihrer kamera gestatten indem ich neben dem kamera symbol auf den kleinen pfeil klicke und hier sage webcam für teilnehmer aktivieren jetzt können sich teilnehmer akustisch zu wort melden sie können sich mit kamera zeigen sie können in den chat schreiben die präsentation ist freigegeben und es steht einer sehr einfach gestalteten veranstaltung nichts mehr im weg